Glück auf meine Freunde! Was geht ab? Ich begrüße euch mal wieder zu einem neuen Video. Ich weiß es ist lang nix mehr gekommen, deswegen habe ich gedacht, ich nehme mir einfach mal ein Singleplayer-Spiel in Edan auf. Was Quietschen hört im Hintergrund, das ist mein Stuhl. Ja, das Video werde ich jetzt auch gleich nutzen, um was bekannt zu geben. Erstmal hier, Spiele-Einstellungen, einmal mal die erste Karte gegen einen mittleren Gegner, zufällig alles. Ja, ich habe den Ringhelden ausgemacht. Ja, gut. Ich bekomme Rohan. Gut, also die bekannt gab. Das ist mehr eine Info, weil das ja mit der Sum-2-Liga so nicht ganz funktioniert hat. Ähm, ich muss die ja erstmal da rüber schicken. Wir müssen alle kämpfen! Die da hoch. Weil das mit der Sum-2-Liga leider nicht so ganz geklappt hat, werde ich das so ein bisschen umgestalten in ein, ja, Turnier. Könnt ihr euch anmelden, wenn ihr Sum-2-1.09 habt, genau. Hamashi solltet ihr haben, aber Gameranger wird auch gehen, wenn ihr euch darauf einigt. Ganz genau. Hier werden wir müssen alle kämpfen! Orks-Männer! Ja, und ihr solltet in der... Ich muss mich jetzt so konzentrieren und ihr solltet innerhalb einer Woche ein Spiel hinbekommen. Wir tun was in... Genau, ich hätte eigentlich auch einfach pausieren können, um das alles zu sagen. Ja, ihr solltet in einer Woche ein Spiel hinbekommen. Und das wird dann im K.O.-System ausgetragen. Das heißt, je nachdem wie viele sich anmelden, beginnt das im Viertel-Achtelfinale. Und nach einem halt Baum-System wird irgendwann das Finale ausgespielt. Und danach kann sich wieder neu angemeldet werden. Wenn dann vielleicht mehr dazukommen oder jemand nicht kann. Ist ja jeder Hinnige dann dabei oder nicht. Und ja... Also ihr könnt euch auf meinem Discord-Server, ich werde den auch nochmal unten verlinken, hoffe ich. Wenn ihr noch nicht drauf seid, euch anmelden. Einfach in den Chat, wo ich das geschrieben habe, einfach sagen, dass du dabei bist. Und dann werde ich euch in die Teilnehmerliste einfügen. Ja, das war's eigentlich schon. Ich hoffe, die Bauern kriegen das hier alleine hin. Die Feuer-Eason-Guards werden sich ausbreiten. Sie sind ganz nah. Der Feind ist nah. Ja. Natürlich kommen die hier direkt. Ja? Mary, komm mal zurück. Hey! Hey, ihr da! Hier sind wir! Sie greifen die Gäste! Da habe ich ganz vergessen, dass die K.I.s das ja macht. Dass sie direkt die Einheiten in die... ... die Mary'sche Base schickt. Es wird schon bald kein Augenland mehr geben. Wir werden angegriffen! So. Sie dürfen uns nicht überwältigen! Dann kommt mal! Ich hab' ihn! Ihr nutzt alles als Waffe! Die Gehörte werden angegriffen! Wir müssen kämpfen! Dann kämpft mal ihr Bauern! Wir tun was in unserer Macht steht! Wir müssen alle kämpfen! Nein! Ihr solltet da hin! So, jetzt sammeln wir den Schatz hier ein. Und jetzt geht's weiter. So, ich werd' hier mir schon mal Theoden holen. Und hier oben Bauern. Das Gebäude ist fertig! Unsere Truppen werden angegriffen! So. Hier unten werde ich auch mal direkt Bauern. So. Pass auf, was wir sagen! Es wird schon bald kein Augenland mehr geben. So. Die haben's zum Glück nicht geschafft. Das dauert ja echt lange hier. Oder liegt es daran, dass es hier beschädigt ist, dass sie so lange brauen? Dann werde ich dann nochmal Knechte bauen. Wir müssen kämpfen! Ja, ein Gehöft. Die Feuerisengards werden sich ausbreiten. Sie müssen kämpfen! Wir müssen kämpfen! So. Ich versuche jetzt auch dann fast direkt Druck zu machen. So. So. Ja, genau. Zerstört es! Wir auf Bauern. Lass mich hier groß auf Bauern gehen. Oh. Für deine Ahnung. Wir kommen schon mehr Soldaten. So. Ihr könnt hier weitermachen. Dann werde ich ja mal anfangen mit Gestüten. Und hier, wo ich's mir leisten kann, Reproduktionserhöhung. So. Hier noch ein Gehöft. Die brauche ich ja gar nicht. Kann ich hier lassen. Sack. Wir müssen alle kämpfen! Bleib uns zusammen! Sie sind hier! Das Gebäude hier wäre fertig! So. Hier Theo. Denn jetzt dürftest du... Hier. So. Du bleibst eher hinten. So. Jetzt habe ich hier Verräter Rohans. Die Special Fähigkeit von Theoden. Vom Korrumpierten allerdings. Lass die Hoffnung nicht fahren! Wir tun was in unserer Macht steht! So. Er geht hier runter. Da kommen immer mehr oder was? Hier kommen immer mehr oder was? Puh. Da brauche ich ja mehr Bauern. Und so langsam mal ein Schießstand. Ja. Du kannst auch mal hier rüber. Ach. Die Bauern werde ich wahrscheinlich verlieren. Außer ihr kümmert euch hier um den Bogenschütztrupp. So. So. Das Lachen von Theo. Denen gefällt mir irgendwie. Wir müssen alle kämpfen. Wir sind ein starkes Volk. Wir müssen alle kämpfen. Wir sind ein starkes Volk. Wir haben es sogar geschafft hier. Wir werden angegriffen. Aber die schaffen es nicht. Nein. So. Bauern. Mehr Bauern. Kommt Leute. Wir müssen kämpfen. Wir müssen kämpfen. Wir haben das Gewicht. Wir werden gebraucht. So. Die kommen sich hier um den Creep. Wir sind ein starkes Volk. Wir müssen alle kämpfen. Nein. Was machst denn du? Man hat von da oben bestimmt eine herrliche Aussicht. Du besitzt keine Macht. So. Die wollen hier. Angreifen. Okay. Merch ich. Ich bin. Kannst du eigentlich wieder diese Fähigkeiten machen? Nein. Kommt Leute. Wir müssen kämpfen. Schaut euch um mich meine Freunde. Nein Theoden. Dann werde ich hier schnell. Also die haben hier wirklich einen Fokus hier auf. Nein Theoden. Gehen. Wir haben das Lager des Feindes gefunden. Haltet eure Fäume. Weil nicht noch mehr Soldaten befehligen. So. Ich bin am Limit. So. Die hier. Wir sind ein starkes Volk. Könnte es auch hier vernichten. So. Dann werde ich hier mal auf Dingster gehen. Wir haben ein Ding hier leider zerstört. Oh Gott. Lass die Hoffnung nicht fahren. Dann追 finde ich zurück. Wir werden einiger Eisen noch. Knechte und Bauern. Und ein Gehöfter. Das ist... Oh. Die haben hier schon Turm Wachen. ja Bauern und das Kunde ihr geht mal hierher nein, mach Theo den, warum rennst du da wieder rein so diesen glaube ich nicht schlecht als Unterstützung wenn ich den gebrauch Schulze hier einfach mal ihr kriegt es ja hier schön hin Gambling ist da so ihr guckt dass er hier hinkommt einen Bauern-Trupp ist da der kommt hier rüber Schwerter und Schilde für alle dann werde ich hier einen Dingster bauen im Lager so wer könnte hier lang Hammer du kannst auch mal davor ja Meri könnte ich wieder rekrutieren Rüstekammer wär das nächste Ui die haben hier schon Pferde aber ich hab auch Knechte dabei das ist wichtig ja kämpft hier schön wir müssen alle kämpfen wir könnten auch in der Nähe sein so unsere Freunde sind da draußen da mein Gebieter der Feind hat bereits sein Lager aufgeschlagen wir werden angegriffen das Gebäude ist zu hoch hab ich gesagt so hier könnte ich auch benannen ja Produktionserhöhungen mehr Rohstoffe mehr Bauern wir brauchen mehr Rohstoffe das Gebäude hier wäre fertig oh Gott die haben Touren hier direkt so Ui so jetzt werde ich den hier erstmal zerstören den Touren hier zack zack Rüstkammer da kann ich Schramm bauen hier Reiter wir brauchen mehr Rohstoffe ja der Feind ist unter uns Männer wir sind bereit zu kämpfen der Geheiß von überschleimt wo ist denn Gammling da hinten er ist wir sind bereit zu kämpfen so es wird schon bald keinen Umgang mehr geben kommt Leute wir müssen kämpfen ja wir müssen kämpfen gib mal da alle da runter hey ich hab das angeklickt so das werde ich zuerst mal angreifen wir sind bereit zu kämpfen zu dem Nap Control werde ich jetzt das Bull haben hier wer schießt du mal hier wir müssen kämpfen gut ich glaube die können das da nicht zerstören eine Eowin brauche ich eigentlich nicht so hier unten hier noch ein paar Ramm ein Gestüt es wird schon bald kein Outland mehr geben es wird schon bald kein Outland mehr geben ich könnte mir Eowin erst so langsam mal holen wenn ich die Rohstoffe hätte wo wollen wir hin können sich ausbreiten alles von aller Waffe wir müssen kämpfen ja ihr seid unser König so die dürfte eigentlich keinen großen Überreiter an machen aber machen sie trotzdem und unsere Truppen werden angegriffen ach super leben die das auch noch so wo bist denn du ach Gott dass der halt nicht mit geht nur weil er nicht angreifen kann die Gehöfte werden angegriffen wenn Theo dreht Rohan hat halt billige und viele Helden das müssen wir ausnutzen ja sammelt euch kommen sie auch mal was brauche ich hier für die Festung um die Festung hier einzureisen so schön hier Einheiten ausbilden so die würde ich gerne hier noch schwören sind da Bauern dabei hier sind Bauern dann kann ich ja jetzt mit den Theo den Fähigkeit holen dann kommen auch so langsam so so schön die Fähigkeit einsetzen Gambling so so schön hier hin Gambling 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 ganzen Bauern rufen Bauernhorde so so komm mit Tumenschützer Tumenschützer ja so langsam jetzt doch kann ich hier noch was ausbilden an Reitern ja sie sind ganz nah ja ich will das vorne im Tisch machen so 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 hier kommen wir da rum wir können hier gut einer einer einmal geht aufs Turm auf den Turm besser gesagt so 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 Ich hab zwar jetzt meine großen, also meine Armee, meine große Armee verloren, also ein Großteil, aber Bauern kann man ja nachproduzieren. Ich hab sogar 4.000 Rohstoffe hier nach Eowin leisten. Die Upgrades alle. So, aber das dürfte schon gewesen sein, außer ich muss das Gehöft hier noch vernichten, genau. Und damit wäre die mittlere KI auch gleich besiegt. Hier kann ich noch in das Land holen. Die Frauen Rohans haben allein ein bisschen ungeschwerte, trotzdem durch ein Schwert sterben kann. Ja, auf Geheiß von Klimaschland und Zoll. Sag mal, Fähigkeitszong. Da ist der Sieg gegen die mittlere KI. Könnt der schreiben, ob ich zunächst mal gegen Schwere spielen soll. Oder auch, was ich hätte besser machen können. Oder... Ja. Gut. Jetzt seht ihr nochmal die Statistiken am Ende. Wo heute Rohstoffe entstand. Und wahrscheinlich Bauern als Lieblings... Ein... Einheit der... Genau, Bauern. Gut, dann werde ich mich mal verabschieden hier für diese Folge. Und ja, wenn ihr Multiplayer-Gefechte sehen wollt, werden wir dazu kommen auf dem Kanalzentrum der Strategie. Den ich zusammen mit Felix und Talin betreibe. Die werden da dann kommen. Könnt ihr auch mal vorbeischauen. Dann bis zum nächsten Mal. Was wieder heißt, eh dein oder sonst was mit mir, dem Geo. Bis dann. Ciao.